Kupfer bremst Magnete! Und das, obwohl es nicht magnetisch ist. Denn lassen wir einen Magneten jetzt einfach so fallen, fällt er so, wie es eben auf dem Planeten Erde üblich ist. Aber lassen wir ihn jetzt durch eine Kupferröhre fallen, erzeugt das Magnetfeld des Magneten Ströme, welche ein Gegenmagnetfeld erzeugen. Elektromagnete halt. Und es sind diese Magnetfelder, die dann wiederum den Magneten selbst ausbremsen. Birdelstrom bremsen. Und wie oft habe ich jetzt das Wort Magnet gesagt? Techtastisch!